Hey Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Trophäen Guide von Silent Hill 2. Ich zeige euch heute die Trophäe. Es ist ein Brot, die wir holen können, wenn wir im Lakeview Hotel sind. Dazu müsst ihr auf jeden Fall schon mal den Mitarbeiteraufzugsschlüssel erhalten haben und hier einmal in den Bereich reingehen. Ihr erinnert euch sicherlich, das ist der Schrank, an dem wir unsere Sachen abgeben müssen und dort dann in den Aufzug überhaupt erst reinzukommen. Und da haben wir dann in dem nächsten Bereich, das ist so ein Schleichbereich, da haben wir dann keine Waffen und keine Gegenstände und wir müssen dann später in die Küche. Und in der Küche könnt ihr dann das Brot untersuchen. Lauft ihr also einmal lang, springt durchs Fenster durch, schnappt euch noch den Gesundheitsdrink und ihr könnt euch hier hinten durch den Spalt in der Wand einmal durchquetschen. Ihr kommt dann hier zu der Küche und in diesem Bereich ist ein Gegner, den ihr auch nicht bekämpfen könnt, weil ihr ja keine Waffen habt. Passt da also ein bisschen auf und an dem müsst ihr einmal vorbei und hier hinten vor allem auch noch den grünen Stein einsammeln. Und den braucht ihr ja für die Lösung hier. Dann geht ihr einmal hier die Runde und hier hinten rechts in der Ecke, da könnt ihr eben das Brot einmal untersuchen und erhaltet dann hier auch die Trophäe. Pusht das Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal Leute. Pusht das Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal.